Wilhelm Bendo war ein deutscher Schauspieler und erfolgreicher Komiker, der zu Lebzeiten von seinem Publikum auch liebevoll Onkel Wilhelm Odermann im Mond genannt wurde. Leben Wilhelm Bendo wurde 1884 als Wilhelm Emil Boden als Sohn des Brauereibesitzers Friedrich Boden in Einbeck geboren. Er begann seine Karriere an Schmierenbühnen, bis er 1906,07 eine Verpflichtung an das Berliner Schiller Theater erhielt. In den 20er Jahren wurde er auch als Kabarettist bekannt, besonders seit er sein eigenes Kabarett Bendos bunte Bühne leitete. Als Schauspieler trat er u.a., als Mondmann in dem Fantasy-Film Münchhausen in Erscheinung. Insgesamt war er in nahezu 100 Produktionen zu sehen, oft auch in kleinen Nebenrollen wie in Quacks, Der Bruchpilot. Bendo spielte in zahlreichen Spielfilmen und am Theater hauptsächlich komödiantische Rollen und erlangte zudem durch humoristische Vorträge und Sketche im Rundfunk und auf Sprechplatten Popularität. Auch im Varieté trat er auf, so etwa im Oktober 1943 zusammen mit Lilithowska als Partnerin in der »Skala« in Frankfurt am Main. Nach einem Unfall im Jahr 1948 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Beigesetzt wurde er auf dem Neustädter Friedhof seiner Geburtsstadt Einbeck. Erneute Bekanntheit erlangte Wilhelm Bendo durch den von vielen Humoristen benutzten Sketch auf der Rennbahn mit dem viel zitierten Ausspruch »Wo laufen Sie denn?«. Eine Tonaufnahme des Sketches wurde 1972 von L'Oriot mit einem Zeichentrickfilm unterlegt. 1938 und 1939 wurde gegen Bendo durch die Gestapo Berlin wegen des Verdachts homosexueller Kontakte ermittelt, das Verfahren wurde eingestellt. Bendo war in homosexuellen Kreisen als Homosexueller bekannt, ging damit aber selbst nicht an die Öffentlichkeit. So was wird, als ob du vorbeiz Tageslicht – äh, da macht troll twins auch Besatz Schein, bei der Rennbahn overlycht verif sensitivität.